Andreas König, Hase Hibiskus und das grausige Gruseln. Das wird ein total toller Abend, ruft Hase Hibiskus, als er schwer bepackt vom Einkaufen nach Hause kommt. Er freut sich schon mächtig auf seinen guten Abendkakao, denn den trinkt er immer, wie sollte es anders sein, am späten Nachmittag, kurz bevor die Sonne untergeht. Es ist ein herrlicher Tag in Waldhausen, doch der Schein der langsam sinkenden Sonne trügt, denn der heutige Abend hat noch einige Überraschungen zu bieten. Hibiskus schaltet erst einmal den Fernseher ein. Er möchte sich die Hasenschau ansehen. Dort gibt es immer die allerneuesten Hasennachrichten. Dann nimmt er einen Topf aus dem Schrank, um sich einen leckeren Kakao zu machen. Der Nachrichtensprecher liest vor. Das Wetter! Über Waldhausen sammeln sich am Abend graue Gewitterwolken. Es kann düster und grummelig werden. Wahrscheinlich wird es großes Gedonner und Geblitze geben. Heiliger Hasenpups! denkt Hibiskus besorgt. Ein grässliches Gewitter! Das kann ja ganz schön ungemütlich werden. Er greift zum Telefon. Hallo Maxi! Hibiskus hier! Du, ich habe immer so Angst bei Gewitter und heute soll es ganz schrecklich gewittern. Deshalb wollte ich mal eben fragen. Plötzlich macht es Zonk! Und das Telefon ist stumm. Der Fernseher schlagartig dunkel. Das hat jetzt gerade noch gefehlt! Ein Stromausfall! Flucht Hibiskus. Dann funktioniert auch der Herd nicht. Also muss der Kakao noch warten. Er möchte wissen, was los ist und macht sich auf die Suche. Aufgeregt folgt er der Stromleitung und entdeckt schließlich den Schlamassel. Der Wind hat einen Baum umgepustet und der ist auf die Stromleitung gefallen. Einige fleißige Arbeiter sind schon dabei, das Problem zu lösen. Oh, oh, da braut sich was zusammen! Stellt Hibiskus besorgt fest, als er die dunklen Gewitterwolken am Himmel aufkommen sieht. Und plitsch, platsch! Schon fallen die ersten Tropfen vom Himmel. Schnell wieder Blitz flitzt Hibiskus nach Hause. Als er zu Hause ankommt, ist es schon ganz dunkel. Der Regen prasselt und klatscht vom Himmel herab. In der Ferne zucken Blitze und es donnert. Hibiskus versucht, das Licht anzuschalten. Doch der Strom funktioniert ja nicht. Irgendwo muss ich doch was zum Leuchten haben, murmelt Hibiskus und sucht ein paar Kerzen und seine Taschenlampe. Weil es ihn vor Furcht ein wenig fröstelt, kuschelt er sich ganz fest in eine Decke ein. Auf einmal zuckt Hibiskus zusammen. Da war doch ein Geräusch! Aufmerksam lauscht er in die Dunkelheit. Kavitsch! Kavitsch! Das klingt wie ein böser, rostiger Roboter, der vielleicht kleine, harmlose Häschen wie mich einfangen will, sagt Hibiskus voller Angst. Hibiskus fasst sich ein Herz und mutig tritt er vor das Haus. Es ist finster. Er klammert sich an seine Taschenlampe. War da was? Schritte! Er erschrickt! Da plötzlich! Puff! Heiliger Hasenpups! Flucht Hibiskus erschrocken. Er dreht sich um und leuchtet mit seiner Taschenlampe nach unten. Maximus Theophrastus Bombastus Maus! Du hast mir ja mal richtig Angst eingejagt! Was machst du hier? Normalerweise nennt Hibiskus seinen Freund einfach nur Maxi, aber gerade jetzt kommt ihm Maxis ganzer Name nur recht. Der hatte genug Zeit, um sich wieder ein wenig zu beruhigen. Hallo, Hibiskus, antwortet die Maus mit leicht beunruhigter Stimme. Ich wollte nachsehen, was passiert ist. Plötzlich war unser Telefongespräch abgebrochen. Da habe ich mir ganz doll Sorgen um dich gemacht. Hibiskus schlägt vor, dass sie erst einmal einen Kakao trinken, um sich von dem Schreck zu erholen. Plötzlich klirren die Gläser im Schrank. Es gibt einen Riesenschlag. Der Boden bebt und es ertönt ein markerschütternder Schrei. Buhä! Oh nein! ruft Hibiskus, dem vor Angst die Hasenknie schlottern. Das klingt wie ein riesiger Dinosaurier. Vielleicht ein Tyrannosaurus Rex. Seine Schritte lassen die Erde beben. Der hat bestimmt mächtig Hunger und mag zum Abendessen am liebsten Hasenbraten und Mäuseschenkel. Das klang wirklich merkwürdig. Aber ein Tyrannosaurus, ich weiß nicht. Versucht Maxi, ihn zu beruhigen. Seine Ohren zittern dabei ein wenig. Ähm, ähm, und grusel dich auch mal etwas. Hab keine Angst, wir klären das. Vor dem Haus entdecken die beiden einen dunklen, pelzigen Berg. Aua! Uff, warum liegt hier alles rum? stöhnt der pelzige Berg. Ah, du bist es, Tom. Und das hier ist wohl mein Fahrrad. gesteht Maxi Maus und ist erleichtert, anstatt eines Tyrannosaurus Rex seinen alten Freund Tom Bär zu sehen. Aber was machst du denn bei diesem grässlichen Gewitter hier draußen? wundert sich Hibiskus. Fahrradtour, erklärt Tom ganz außer Atem. Heftiges Gewitter. Puh, ich patsch nass. In der Nähe denke Hibiskus Unterschlupf. Flitz her, Fahrrad abstellen, Stolper, dann Krawumsrums. Hibiskus ist erleichtert. Na, dann hat sich das ja zum Glück geklärt. Wir haben nämlich mächtig Angst gehabt. Kommt doch rein. Und ich mach uns endlich mal einen warmen Kakao. Als Hibiskus gerade eine weitere Tasse für den Kakao holt, fällt ihm fast vor Schreck die Tasse aus den Pfoten. Heiliger Hasenpups! Ein grässliches Riesenmonster am Fenster. Ich will uns alle fressen, ruft er panisch und deutet aus dem Fenster. Da ertönt eine zischelnde Stimme aus der Dunkelheit. Hallo, Hibiskus. Das Monster kennt sogar meinen Namen, gruselt sich Hibiskus. Hibiskus, wo steckst du? Das Monster kommt langsam näher. Oh, wie? Das Monster will mir an den Kragen. Hibiskus stellt die Barthaare auf. Psst, Jungs, vielleicht ist das gar kein Monster, sondern was ganz anderes. Flüstert Maxi Maus mit zittriger Stimme. Und gruselt euch mal etwas. Habt keine Angst. Wir klären das. Hibiskus, Tom und Maxi linsen vorsichtig aus ihrem Verstecker vor. Hibiskus ist erleichtert, als er das Monster erkennt. Es sind seine alten Freunde Esel Fred, Eule Uli und Schlange Ludo. Fred, Uli, Ludo, ihr habt uns ein Riesenschrecken eingejagt. Wie kommt ihr denn alle hierher? fragt Hibiskus verwundert. Wir wollten zelten, erzählt Eule Uli. Doch dann sind wir so vom Gewitter überrascht worden und hatten Angst. Wir dachten, vielleicht können wir hier bei dir bleiben, bis alles vorbei ist. Warum ist es denn hier so durster? fragt Schlange Ludo. Genau, das ist ja richtig gruselig, ergänzt Esel Fred. Oh ja, ich fürchte mich ja auch schon eine ganze Weile. Der Strom ist ausgefallen, erklärt Hibiskus. Jetzt mache ich aber endlich mal Kakao für alle. Ja, Kakao, das ist perfekt, freuen sich die Freunde. Auf einmal hält Hibiskus inne. Er schnüffelt in der Luft. Sein ganzer Körper fängt schlagartig an zu zittern. Riecht ihr das auch? So einen gruselig, schaurigen und modrigen Geruch habe ich ja noch nie erschnüffelt. Hier muss sich irgendwo ein stinkendes Modagespenst mit furchtbarem Mundgeruch verstecken. Uhuhuhu. Und wie schrecklich das in den Augen brennt. Alle anderen halten sich die Nase zu. Alle? Nein, nur Tom Beer scheint nichts zu bemerken. Ups, ich glaube, das war ich. Mir ist gerade ein klitzekleiner Pups entwichen, bekennt Tom Beer verschämt. Siehst du, Hibiskus? Und grusel dich auch mal etwas? Hab keine Angst. Wir klären das. Zzzz. Hallöchen, ich bin Fliege Fritzi Freitag. Er klingt eine leise, kaum hörbare Stimme. Mann, oh Mann, hast du uns erschreckt, brummt Tom Beer. Sein Pelz schlottert noch. Ach, du sahst aus wie eine gefährliche, fiese Riesenfliege. Wer, ich? Oh, danke für das Kompliment, antwortet Fritzi Freitag. Denn so etwas hat der kleinen Fliege noch nie jemand gesagt. Meistens wird sie einfach nur übersehen. Aber ihr müsst keine Angst vor mir haben. Ich könnte doch keiner Fliege was zu leide tun. Na ja, da sind wir ja alle beruhigt jetzt. Jetzt können wir endlich einen Kakao machen, meint Hibiskus etwas angespannt. Und wenn dich auch mal gruselt was, hab keine Angst. Wir klären das. Da geht auf einmal das Licht wieder an und der Fernseher flackert auf. Der Strom geht wieder, freut sich Hibiskus. Und jetzt Kakao für alle. Gerade läuft im Fernsehen die Spätausgabe der Hasenschau. Der Sprecher liest gerade die Nachrichten vor. Das Gewitter in Waldhausen hat sich mittlerweile wieder gelegt. Es gab stellenweise einen Stromausfall. Ansonsten ist nichts Besonderes passiert. Nichts Besonderes passiert? Wundert sich Hibiskus. Na, der hätte mal hier bei uns sein sollen. Schließlich waren ja heute Abend ein böser Roboter, ein hungriger Tyrannosaurus Rex, ein grässliches Riesenmonster und ein stinkendes Modergespenst. Na, und ich, meldet sich Fritzi Freitag zu Wort. Die gefährlich fiese Riesenfliege. Und alle Freunde müssen vor Lachen losprusten. Hibiskus ist überglücklich und hat überhaupt keine Angst mehr. Endlich ist auch der Kakao fertig. Und gruselt uns auch mal etwas, wenn's stürmt und kalt ist und auch nass. Wenn Freunde da sind, groß und klein, sind wir nicht mit der Angst allein. Zusammen überstehen wir das. Mit viel Kakao und noch mehr Spaß. Hehehehe.